Und zwar dieser großartige Sahabi, Uthman ibn Abi al-As, er hat seit Beginn, wo er den Islam angenommen hat, eine sehr schmerzhafte körperliche Krankheit gehabt. Dann ging er zum Propheten und beklagte sein Leib und dieser sagte zu ihm, tu deine Hand auf die Stelle, die wehtut. Und sagst dreimal Bismillah und siebenmal sagst du, ich suche Zuflucht bei Allah, bei seiner Macht, von allem Übel, was ich bei mir vorfinde und wovor ich mir Sorgen mache oder was mich besorgt. So wird Allah azzawajal dich heilen.